Ich bin Marlies Hoffmann, ich komme aus Norderstedt und arbeite mit gesundheits- und ernährungsbewussten Menschen zusammen. Ich biete diesen Menschen eine Möglichkeit, sowohl ihre körperliche als auch ihre finanzielle Gesundheit miteinander zu verbinden. Es macht mir sehr viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sowohl offen sind für körperliche als auch für die finanzielle Gesundheit. Und es macht mir sehr viel Spaß und Freude, sie dabei zu begleiten bei ihrem ganz persönlichen Weg, der ja für jeden individuell ist und den auch jeder so wählen kann, wie er mag. Und von dieser Freude kommt sehr, sehr, sehr viel zurück. Und insofern arbeiten wir im Grunde genommen alle auf einer Win-Win-Ebene und sind im Grunde genommen alle gemeinsame Gewinner in diesem Bereich.